Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du mittelalterliche Handschriften einsehen kannst? Dann bist du hier richtig. In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, auf welche unterschiedlichen Arten du der mittelalterlichen Überlieferung von Texten näherkommen kannst. Das Mittelalter ist in Göttingen an vielen Stellen noch gegenwärtig, zum Beispiel in den Kirchen, den Fachwerkhäusern oder den Teilen der alten Stadtmauer. Doch nicht alle Relikte sind so leicht und so öffentlich zugänglich. Der unmittelbare Kontakt zu mittelalterlichen Handschriften ist definitiv nicht so alltäglich wie die Anwesenheit einer mittelalterlichen Kirche in der Innenstadt. Denn die jahrhundertealten Bücher sind wertvoll und verlangen beschränkte Nutzung und schonungsvollen Umgang. Die Textzeugnisse werden darum in Museen, Bibliotheken, Archiven oder auch mal in Privatbesitz aufbewahrt. Damit sie aus dem Magazin geholt werden, braucht es schon wirklich gute Gründe. Eine Möglichkeit, ein Textzeugnis aus dem Mittelalter verfügbar zu machen, ist die Erstellung eines gedruckten Faximiles. Ein Faximile ist eine originalgetreue Reproduktion. Diese präsentiert nicht nur den Textinhalt, sondern auch dessen äußere Form. Das bedeutet, Bebilderungen, Vergoldungen, schmuckreiche Einwände oder sogar Löcher im Pergament werden so genau wie möglich nachgeahmt. Du kannst dir bestimmt schon denken, dass die Herstellung eines Faximiles deshalb sehr aufwendig und kostspielig ist. Faximiles sind darum oft selbst Raritäten. Trotzdem haben wir auch in der Bibliothek des Seminars für deutsche Philologie hier bei uns in Göttingen einige Faximiles mittelalterlicher Handschriften. Der Raum, in dem sie aufbewahrt werden, ist über die Räume der MitarbeiterInnen im ersten Stock zugänglich. Dort gibt es zum Beispiel eine Nachbildung der Berliner Aeneas-Handschrift. Diese ist eine der ältesten deutschsprachigen Handschriften mit weltlichem Inhalt, in der der Text von Bildern begleitet wird. Manchmal wird sie deshalb sogar als mittelalterlicher Comic bezeichnet. Solche originalgetreuen Nachbildungen sind eine fantastische Arbeitsgrundlage, wenn du dich etwa für die Medialität von Texten interessierst. Ein Faximile vermittelt nämlich einen sehr guten Eindruck davon, wie die Seiten aufeinander liegen, wie Text und Bild interagieren, wie das Layout konzipiert ist oder wie die Größe der Handschrift im Vergleich zu einer menschlichen Hand ausfällt. Ein solcher Gesamteindruck ist besonders wichtig, um sich einer mittelalterlichen Lektüre-Erfahrung anzunähern. Vor der Digitalisierung war der Griff zum Faximile oft die einzige Alternative zu einer Reise an den Aufbewahrungsort. Heute bist du aber zum Glück nicht mehr auf teure Faximiles angewiesen, wenn dich das genaue Aussehen einer Handschrift oder eines Drucks interessiert. Denn viele mittelalterliche Handschriften und Drucke werden mittlerweile digitalisiert, sodass du sie ganz bequem online ansehen kannst. Es ist ein riesiger Vorteil, dass wir nicht mehr zu entlegenen Standorten reisen oder Öffnungszeiten berücksichtigen müssen. Ein weiterer Pluspunkt der Digitalisate ist, dass du an Details heranzoomen kannst, die mit bloßem Auge vielleicht nicht unbedingt erkennbar sind. Schauen wir uns zum Beispiel diese Miniatur von Didos Selbstmord in der digitalisierten Berliner Ineas-Handschrift an. Dido stürzt sich hier nicht nur in die Flammen. Wenn wir an das Bild heranzoomen, können wir erkennen, dass sie dabei gleichzeitig auch den Ring verbrennt, den ihr geliebter Ineas ihr zuvor geschenkt hatte. Du möchtest jetzt selbst mittelalterliche Handschriften entdecken? Wie du Digitalisate mittelalterliche Handschriften und Drucke am besten findest, zeigen wir dir in unseren Videos zu Online-Datenbanken. Wenn du aber die Möglichkeit hast, mit Faximiles oder vielleicht sogar mit Originalen zu arbeiten, solltest du sie unbedingt ergreifen. Dass du hier bei uns in Göttingen mittelalterliche Handschriften und Drucke im Original finden und einsehen kannst, zeigen wir dir übrigens auch in unseren Videos. Bis zum nächsten Mal.